hey leute willkommen zur neuesten runde von stardew valley wir gucken mal auch hier festival auf eis was man da noch mal machen konnte aber den hier plump padding ist klar dass man hier diese marki wohl machen so ist schon 10.000 jahre her ups dass ich gespielt habe alles klar er sagt halt wir sollen unbedingt bei ihm kaufen bei ihm sind die besten qualitäten flippt das lander oder automake es bei mir salat eis fishing nein ich muss erst mal wieder mit der steuerung klar kommen geht gar nicht klar mehr jeden fall haben wir immer noch die möglichkeit auch wenn es ziemlich abwegig ist dieses community ding fertig zu kriegen habe ich hier nirgendwo dinger drin wir machen erstmal jetzt hier neue was nehmen wir denn nehmen wir einfach keine guten und kann man den sogar farben geben ok zu wenig ist das noch mal für ein ding alles klar so wir haben noch ein paar sachen fertig so dann haben wir hier auch schon ein paar dinge ich will nicht abwehren dann haben wir hier noch den so lange her es tut mir so leid hätte so viele folgen aufgenommen dass das wirklich bis vor letzter woche gehalten hat die kühe haben wir auch schon oder kann es sein auch unbedingt verbessern wir haben eigentlich gut geld so unser feld ist ja eigentlich relativ gut vorbereitet die brüche noch ein paar mehr spreng klar jetzt habe ich das nicht zurückgestellt aber ist egal das war ja auch gesagt haben wir wollten ja hier in die neue mine gehen dafür wollte ich das cave carrot brauchen aber ich glaube da haben wir noch ein paar jetzt lügen jetzt lügen wer doof hier nur noch die ist der katze noch hallo sagen sehr schön die thema die bootstack der katza los sagen und dann hier noch was drin sehr schön wir machen einfach mal unsere runde nach der musik im winter ist so schön ich glaube die wird gerade verbessert ja wir können auch mal gucken ich weiß gar nicht mehr wann ich die da hingegeben habe vielleicht mag der ja einen pilz hat er ist doch immer sie steht ja eher auf so sachen hier glaube ich auch nicht verdammt machen wir den leuten einfach mal eine freude damit die uns bessere rezepte geben was mit ihr los guck mal gucken ob ich hier meine dings abholen kann meine hake arbeitet noch dran arbeite schneller wo ist denn die caroline wenn ich hier unten du 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 ja so um dieses community ding fertig zu kriegen fehlen uns eigentlich nicht mehr so viele sachen wo sich das noch mal quatsch ach ja was fehlen uns also hier könnten wir über mehrere sachen noch auswählen das würde vielleicht noch klappen das hier ist riesenschwer da fehlt uns noch einiges bevor unsere enten hier eier legen dauert noch jahre ja large egg ah Mist die große milch fuck die hätte ich ja jetzt aufheben können ich habe mir die auf jeden fall aufgehoben weil die brauchen wir hierfür mag ich wohl ja dann haben wir hier fried eggs haben wir dann fehlt uns eigentlich noch dieses dämliche fiddlehead fern ich glaube das kann man eigentlich auch nur im sommer kriegen da hört es nämlich schon auf hier fehlt uns ach ne die entenfeder haben wir auch das hier fehlt uns ja red cabbage und was haben wir hier noch hier fehlt uns noch pomegranate und rabbit foot ja das alles sachen das ist reines glück das war wenn wir die jetzt noch bekommen also es ist nicht unmöglich das zu schaffen aber es ist unglaublich schwer das im ersten jahr gleich hinzukriegen wie gesagt wir sind noch im ersten jahr so jetzt gucken wir mal ob die grünhaarige hier da ist ich glaube die sind wieder einkaufen oder oh es gibt ein katzin und was träumt die denn hier das gehe ich auch noch nicht ich habe mich an irgendwas und mit der jetzt auch anwandeln lol mh 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 kann man mit der jetzt anwandeln ja emily ja kann man ich glaube das ging vorher nicht ja hast du nichts zu sagen ne ne warum sollte ich ne ne die ist noch so ich guck mal ob die im laden ist mal gucken dass man ihm in so nicht kann man diese dass du es die manchmal hockt auch da oben noch um ich weiß nicht ob die toll findet sie jetzt nicht drüber aufgeregt sagen wir mal so sonntag ich glaube das ist erst das mag er nicht oder denn eben nicht überall die dinger ich glaube der wagen steht nicht da doch nein 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 nix dass das essen fischen und mist das hat sich ja schon mal nicht gelohnt verdammt die muschel weghauen ich brauche ich noch mehr spreng klar ich weiß gar nicht mehr was braucht man dafür spreng der spreng klar ich glaube ein paar ja an der eigenen bar hapert glaube ich alles klar so dann wollen wir erst mal hier pennen gehen war jetzt nicht so produktiv der tag aber gut ich habe ich auf dieses fischen gar keine lust das war jetzt das war jetzt ist das hier neu so ich hoffe wir kriegen noch mal eine große milch dann können wir die nämlich auch abgeben und diese marki roll ich glaube ich meine hake haben verdammt auch da auch noch mal warum nicht verdammt aber wir hatten hier doch große und ich hab's verkauft oder zu käse gemacht verdammt ich dussele ey ich hab nochmal nachgucken sollen soo soo hey so 50.000 haben wir noch nicht gesehen lustig ist es zählt immer als fischen es zählt als wenn man einmal gefischt hat so gesehen kann man da auch level steigen auch mal den schieß ich weiß nicht gggs star fruit so ist montag der typ ist weg ein paar tage ist bloß nicht darunter ich denke mal eine dings hake können wir dann auch nicht abholen eine holly holly was soll man noch machen können bisschen mehr eisen holen kann man noch ein paar sprengler hinsetzen das brauchen wir hier kurz tauschen sonst schnappen wir uns jetzt noch ein bisschen mehr eisen versuchen noch so ein paar sprengler hinzusetzen damit wir dann im frühjahr richtig geil durch starten können dann machen wir mal richtig schotter dass alle neidisch werden auf unser geld fach wauw wauw Glowing Ring... ok, brauchen wir aber nicht weiter Ein Schlag Sehr schön Darum sieht grösser hier ok Na Komm schon Crit Würde man noch glatt sagen Zack Au Ui Ja Da ist nix Brauchen wir mehr Eisen Da ist nix Das ist nix Das ist nix Das ist nix da wird ja hier nichts wie spät ist es? ok gut gut komm schon mal noch ein bisschen eisen hier da da oh eh ich glaube das war es hier ne gut dann gehen wir jetzt erstmal zurück so lief mein stop nicht voll? ach fuck egal so war aber eigentlich recht produktiv muss man sagen zack zack brauche ich denn die? ne die holi so das müsste ganz vorne drin sein zack zack sehr schön oh siehst du apropos ach die machen im winter machen die gar nix? das ist ja schlecht das ist ja schlecht so ok dann speichern wir jetzt erstmal also wir haben noch den halben winter zeit vielleicht haben wir glück und kriegen noch die sachen darauf kommt es jetzt an also Käse habe ich auch noch guck mal Käse habe ich kann ich abgeben das heißt es fehlt eigentlich doch nicht mehr so viel truffelöl truffelöl sehr schön oh Käse gut hebe ich mal Käse auf diese Markyroll habe ich ja hier ist ganz schlecht da kriege ich vielleicht noch die Milch da bräuchte ich ja trotzdem noch zwei andere Sachen so hier fehlt uns dieses Fiddlehead da fehlt uns der und hier fehlen uns auch noch zwei ach ich glaube das wird nix das wird glaube ich nix ja aber dann machen wir beim nächsten mal weiter also was wir halt auch noch haben wir haben auf jeden Fall schon gut Gold und ich denke mal wir werden jetzt hier jeden Tag so um die 2.000 ungefähr kriegen plus minus null und allein wie gesagt wir haben jetzt schon 50.000 das reicht eigentlich schon für den Start für das nächste Jahr da müssen wir halt ganz ganz viele Seeds am Anfang kaufen und der hat ja auch schon gesagt er hat ein paar neue müssen wir mal gucken welche davon gut Wert haben schnell wachsen nachwachsen und gut Geld bringen und dann denke ich mal machen wir in der nächsten Folge weiter also wir versuchen es immer noch zu schaffen Community Center Year One und ansonsten dann im nächsten Jahr dann halt die Farm mal ein bisschen weiter auszubauen dass die mal ordentlich größer wird mit ein paar Zäunchen und so weiter aber jetzt müssen wir erstmal den Winter überstehen der ist halt ein bisschen langweilig in dem Sinne weil nicht so viel zu tun ist wir gucken mal ob wir halt mit den Bewohnern uns noch ein bisschen mehr anbandeln können damit die uns schöne Geschenke machen ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal mit dabei könnt auch gerne Tipps, Tricks, Kommentare reinschreiben was ihr so habt und ich versuche sie zu beantworten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis denn tschü tschü